Im Rahmen eines Studiums sehen sich Studenten mit verschiedensten Aufgabenstellungen konfrontiert. Seminararbeiten, Klausuren, Hausarbeiten. All das sind so Themen, mit denen Studenten konfrontiert sind und natürlich ganz am Ende dann die Abschlussarbeit, sei es jetzt in Form einer Bachelorarbeit oder einer Masterarbeit oder in Form eines Diploms. Speziell Seminararbeiten stellen im Rahmen eines Studiums eine große Herausforderung häufig für die Studenten dar, aber auch gleichzeitig haben sie eine wichtige Bedeutung. Denn die Seminararbeiten sollen die Studenten auf das wissenschaftliche Arbeiten vorbereiten sind quasi eine Art Übung auf die Abschlussarbeit, eine Art Übung auf die Bachelorarbeit, eine Art Übung auf die Masterarbeit. Und deswegen sind sie gerade mit Blick auf den Studienabschluss von großer Bedeutung. Und genau da stehen viele Studenten vor Schwierigkeiten, denn wissenschaftliches Arbeiten wird als Methodik häufig während des Studiums nur unzureichend vermittelt. Aber ohne Methoden-Know-how ist es schwierig, eine Seminararbeit völlig egal, zu welchem Thema zu erstellen. Selbst wenn die ganzen Informationen zum Thema zur Verfügung stellen und stehen, es bedarf eines Methoden-Know-hows, es bedarf eines Wissens, eines Fachwissens, wie schaffe ich es jetzt, diese Vielzahl, diese Vielfalt der Informationen so zu verarbeiten, dass ich sie im Rahmen einer Seminararbeit sozusagen auf den Punkt bringen kann. Hinzu kommt, dass die Themen, die Themenstellungen innerhalb von Seminararbeiten sehr, sehr vielfältiger Art und Weise sind. Sie reichen von Seminararbeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten selbst, wo also wirklich nur in Anführungszeichen das wissenschaftliche Arbeiten geprüft und sichergestellt wird bis hin zu konkreten Fällen und spezifischen Fragestellungen, die im Rahmen von Einzelseminaren vermittelt wurden. Dies zeigt auch schon den Charakter von Seminararbeiten. Sie sind häufig sehr, sehr stark spezialisiert und auf eine ganz genaue und auf eine ganz konkrete Fragestellung fokussiert. Häufig fließt auch die Benotung der Seminararbeiten dann in die Endnote für das gesamte Seminar, also inklusive der Klausur ein und auch dies zeigt natürlich die hohe Bedeutung einer Seminararbeit. Und genau hier, genau an dieser Stelle können die akademischen Ghostwriter von GWriters wertvolle Unterstützung leisten. Warum? Sie bringen sowohl das Methoden-Know-How zur Erstellung einer Seminararbeit, also genau diese Fähigkeit zum Erstellen einer wissenschaftlichen Arbeit, als auch viele und große praktische Erfahrung bei der Erstellung einer solchen Arbeit mit sich. Darüber hinaus bringen Sie ein breites Fachwissen mit. Und GWriters, das kommt zu, ist in der Lage, Ihnen einen Ghostwriter an die Seite zu stellen, der eben nicht nur dieses Fach-Know-How hat, dieses Methoden-Know-How hat, sondern der genau auch in dieser Themenstellung bereits geforscht hat, die Sie im Rahmen Ihrer Seminararbeit bearbeiten möchten. Und hierzu gehört es, hierzu ist es natürlich selbstverständlich, dass die Ghostwriter von GWriters stets up-to-date sozusagen sind, was den Forschungsstand angeht, Zugriff zu relevanten Datenbanken haben und selbst umfangreich akademisch ausgebildet sind. Viele der Ghostwriter von GWriters sind sogar promoviert. Und das sind die besten Voraussetzungen, das sind die grundlegenden Voraussetzungen dafür, dass die Seminararbeit fachlich das Thema trifft, diese konkrete, diese spezifische Fragestellung, die es im Rahmen der Seminararbeit zu erforschen gilt, erheben und gleichzeitig die notwendige wissenschaftliche Methodik, die notwendige wissenschaftliche Kompetenz zeigen lässt. Wie sieht nun der Prozess bei der Erstellung einer Vorlage für die Seminararbeit aus? Zuerst erhalten Sie nach einer unverbindlichen Anfrage, die Sie gerne stellen können, ein kostenloses Angebot und eine individuelle Beratung zur Planung des Projektes durch die Kundenberater von GWriters. Bei größeren Arbeiten ist dann nach Ihrer Zusage selbstverständlich auch eine anonyme Telefonkonferenz mit Ihrem Autor möglich und sicherlich auch sinnvoll. Nach einer Anzahlung beginnt dann der eigentliche Arbeitsprozess, der eigentliche Erstellungsprozess Ihrer Arbeit. Es werden Termine vereinbart, es wird ein Termin für die Endlieferung vereinbart und es werden Termine für, je nach Größe der Arbeit, eine oder mehrere Teillieferungen vereinbart. Gerade diese Teillieferungen sind wichtig, um einen Abgleich zu erhalten zwischen Ihren Anforderungen, den Wünschen aus dem Thema heraus und dem, was Ihr Auto geliefert hat. Denn so haben Sie permanent im Rahmen dieser Teillieferungen die Möglichkeit, den Fortschritt der Arbeit zu prüfen, Feedback zu geben und Ihr Feedback wird natürlich dann kostenlos im Rahmen der weiteren Umsetzungsschritte auch realisiert. Die professionellen Projektmanager von GWriters übernehmen dabei dann die gesamte Kommunikation. So dass stets Ihre Anonymität gesichert ist und gleichzeitig auch die Anonymität des Autors gesichert ist. Und auch bei Fragen und Änderungswünschen, die im Rahmen dieses gesamten Projektes, im Rahmen dieses gesamten Prozesses auftreten und auftauchen, sind die Projektmanager immer Ihre persönlichen Ansprechpartner. Der Projektmanager bleibt auch für Sie während Ihres gesamten Projektes immer gleich und ist telefonisch oder per E-Mail für Sie erreichbar. Sollte es Fragestellungen geben, wird GWriters immer individuelle und passende Lösungen für Sie finden. Nachdem dann die Verschriftlichung abgeschlossen ist und die Feedbacks entsprechend umgesetzt sind, kommt der nächste Prozessschritt, in dem die Arbeit abschließend geprüft und lektoriert wird. Dies übernimmt ein unabhängiger Lektor von GWriters und die Arbeit wird dann mit Hilfe einer professionellen Software auf Plagiate geprüft. Dann ist der Prozess abgeschlossen und die Mustervorlage wird an Sie ausgeliefert. So haben Sie dann eine fertige Seminararbeit in Händen. Mit Hilfe dieser Mustervorlage Sie dann Ihre eigene wissenschaftliche Arbeit erstellen können. Woher wird eine Vielen Dank.